Wenn es um die Frischprodukte geht, ist GOB besonders kritisch. Nur was ja durchgeheckt und gepflegt, mit viel Sonne verwöhnt und sorgefertigt gepflückt wurde, kommt auf schnellstem Weg in die mehr als 1300 Verkaufstellen, damit sie morgen bei GOB kaufen können, was heute geerntet wird. Satrap Dampfbügel-Eisen mit oder ohne Kabel einsetzbar offeriert GOB für nur 79 Franken. Zwei Tauben Tomisenf mild bekommen sie für nur 2,70 Franken und das Duo Ovo Sport aus Ovo Maltine für nur 2,60 Franken. Zwei Inkarom Nachfüllbeutel sind jetzt 3 Franken günstiger und das Kilo Lavalette Trauben aus Frankreich offeriert ihnen GOB für nur 2,50. Und das ist GOB Jubiläumsangebot. Zwei für Bombschips in der Familienpackung Natür oder Paprika für nur 3,80.